Der Einstein glaubte nicht an Zufälle und er hat auch versucht, alle diese Sachen zu vereinen. Die Quantenphysik mit der Gravitation, mit dem Elektromagnetismus. Eben, Gravitation und Elektromagnetismus klappt, aber mit der Quantenphysik happert es noch. Und da war ja die, wie sagt man auf Deutsch, Entangling-Verschränkung. Ja, die Quantenverschränkung, ja. Das ist eben so ein Widerspruch. Ja, können Sie die ganz kurz, also was heißt kurz, aber können Sie die einmal kurz erklären, wenn Sie sich schon ansprechen? Das ist der Teil, wo ich sage, also da wird es mir so theoretisch. Wenn meine Kollegen zuhören, dann muss ich mich bei Ihnen entschuldigen, dass ich so schott erzähle. Aber gut, ich versuche es mal. Das ist, also man in der Quantenphysik hat die Materie Zustände. Also, was soll ich sagen, die befindet sich in gewissen Zuständen. Die Geschwindigkeit hat zum Beispiel mit einem Zustand zu tun, also wie schnell sich die bewegt, aber auch eben die Polarisation des Lichtes oder so Sachen. Gut, das sind Eigenschaften der Materie und das kann bestimmte Werte annehmen. Jetzt stellen Sie sich vor, ich weiß nicht, ob Sie vom, ja, Spinn, das Spinn der Elementarteilchen, die haben so einen Drall, oder stellen Sie sich etwas vor, das dreht, das hat einen Drall. Und es stellen sich die Polarisation eines Photons vor. Das ist auch wie ein Drall eigentlich. Aber gut, stellen Sie sich vor, Sie haben eine Kugel, das dreht sich nicht. Und das dreht sich nicht, aber Sie spalten jetzt das und Sie erzeugen zwei Teile, zwei Kugeln oder zwei Teile. Die drehen sich beide in entgegengesetzten Richtungen. Ja. Okay? Gut. Jetzt, damit Sie das machen können im Raum, muss die Drall erhalten sein. Also, wenn ich keine, wenn ich nicht irgendwie Gott bin, das von außen, das eins macht und das andere ruhig stehen lässt, dann müssen Sie das so machen, dass sich eines nach rechts bewegt und das andere nach links bewegt. Ja. Weil sonst klappt das nicht, sonst ist der Drall nicht erhalten, sagt man. Also, die Energie müsste dann von irgendwo her kommen. Also, wenn man den Drall und die Energie erhalten will, kann es das zerfallen, das passiert bei Elementarteilchen, die zerfallen und die haben dann, eins hat einen Drall in eine Richtung und einen Drall in die andere Richtung. Jetzt ist das aber bei der Quantenphysik ein bisschen komisch. Weil in der Quantenphysik weiß man nicht, welches Teilchen sich nach rechts bewegt und welches sich nach links bewegt. Man weiß es nicht, solange man es nicht gemessen hat. Aber es ist noch schlimmer, noch schlimmer. Nicht nur weiß man es nicht, die Teile wissen es selber nicht. Man sagt, der Zustand ist nicht definiert, solange man es nicht gemessen hat. Das heißt, erst in dem Moment, Schrödingers Katze, erst in dem Moment, wo man es misst, ist es nicht, dass man den Zustand weiß, sondern der Zustand entsteht erst durch den Akt der Messung. Genau. Und jetzt Quantenverschränkung heißt, wenn ich eine Sache angucke, entsteht da ein Zustand und unmittelbar entsteht also bei der anderen Hälfte der umgekehrte Zustand. Genau. Also der umgekehrte oder der verschränkte Zustand, weil diese Teilchen sind nicht unabhängig voneinander. Die sind verschränkt. Aber die können Milliarden von Lichtjahren entfernt sein. Und das ist der Widerspruch. Das ist der Einstein-Podowski-Rosenberg oder wie das heißt, Paradoxon. Das ist ein Paper vom Einstein. Das ist eine super Publikation, die ist zwei Seiten lang, extrem gut geschrieben, wirklich genial. Und da sieht man das ganze Genie vom Einstein. Gut, er konnte das nicht akzeptieren. Und es heißt auch Paradoxon oder Paradoxon. Er sagte, gut, er hat so ein Gedankenexperiment gemacht in diesem Paper. Also wir haben ein Teilchen, das zerfällt in zwei verschränkte Teilchen und die fliegen dann ganz weit auseinander weg. So Lichtjahre. Und da ist irgend so ein Mensch auf der einen Seite, das misst den Zustand eines Teilchens. Das heißt, der andere muss unmittelbar wissen, welchen Zustand er haben muss. Richtig. Das Zeichen. Und unmittelbar ist schneller als Lichtgeschwindigkeit. Genau. Und da kommt das Problem. Das heißt, da sind wir wirklich bei unendlicher Geschwindigkeit quasi. Ja. Und da ist das Problem. Oder da ist ein Paradox. Aha. Würde ich auch sagen. Ja. Gut. Wenn ich da ganz ehrlich sagen muss. Ich weiss gar nicht, wie man dieses Paradox lösen kann. Also, wenn ich die Spezialisten frage, sagen sie mir, ja, das ist gelöst. Aber ich habe nicht verstanden, wie. 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 Ich habe nicht verstanden, wie.